Katalog Nummer 6 ist First Lady. Ein im Februar geborenes Stutfohlen vom Fusionist Don Crusador und Archie Peel. Mit First Lady präsentiert sich eine attraktive Tochter des Fusionist. Der nun vierjährige Nachkomme des Franklin war gefeierter Sieger seines Sporttests im März 2020. Dieses Stutfohlen zeigt sich schwungvoll mit Fleiß und Ausdruck. Aus dem Mutterstamm gibt es bereits mehrere gekörte Hengste und Grand Prix erfolgreiche Dressurpferde. Stutfohlen vom Fusionist aus einer Don Crusador Mutter. Die Stute ist jetzt die dritte Saison bei uns im Betrieb. Wir haben einen sehr guten zweieinhalbjährigen Dreamlein daraus. Ich habe die Stute mal von einem älteren Züchter übernommen und haben sie jetzt mit Fusionist belegt letztes Jahr. Weil der mir eigentlich sehr gut gefallen hat und ich denke, dass er dieses Jahr auch zum Bundeschampionat gehen wird.